Dreh dich um! Irgendjemand meinte, dass die bei Gary geklaut werden, hier diese Skulptura-Dinger. Die hab ich bei Gary aber gar nicht gesehen, aber ich hab auch die neueste Version von dem, glaub ich, nie gespielt. So, wiii! Ja, Bomberang! Ach so macht man das dann mal. Setzt einfach den ganzen Raum unter Wasser, um mich zu töten, oder was? Ja, habt ihr gedacht, oder was? Guck mal da, allerletzte Sekunde, James Bond-like, hol ich das hier noch raus. So, ja, da kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir ja unseren Boomerang, Boomerang und, wiii! Flieg und sieg! Sailor move! Zack, da kommt er, da fliegt er und da siegt da der Boomerang. Da hat er drauf. Damit können wir jetzt, glaub ich, auch Gegner so zurückhalten und können sagen, hey, what's going on, man? Wow, pass auf, wenn ich jetzt meinen Boomerang, dann wird er so und dann kann ich den hauen. So, was sagst du jetzt, hä? Und jetzt ist nämlich hier der Raum frei geworden. Doch, das, das ist zum Teil schon ein bisschen Gary-ähnlich. So, so einen ähnlichen Raum hatte er, glaub ich, auch. Aber ich will das jetzt auch gar nicht immer mit dem Gary vergleichen. So, dumm. Das ist nämlich schon ein anderes Spiel. Das ist eine Stadt von Gary. So, komm, geh mal durch. Aber, dass ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, wenn ihr das wisst, macht der Gary eigentlich noch weiter? Weil, das weiß ich gar nicht. Das letzte Stand, den ich hatte, war, irgendwie, er macht nicht mehr weiter. Aber, das ist auch kein endgültiger Stand, glaub ich, gewesen, den ich da hatte. So, komm, geh mal kaputt. Ja. Und, was? Wollte ich gerade sagen. Eine Chest, die muss her. Gib her. Zack. Und ein Schlüssel. Da-dum, 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 da-dum. Golden Key, get. Get the Golden Key. Und weiter geht's. Aber ich stehe, muss ich ja sagen, ich stehe auf so Adventurecraft wirklich total. Ich spiele das total gerne, Adventurecraft. Ich finde, das ist echt eine, eine geile Erweiterung für, für Minecraft, ja. Das ist nicht nur Minecraft, dieses Bauen, wenn du ja keinen Bock mehr drauf hast oder so. Sondern, hast hier dann auch noch so ein... Ah, das Skelett hat sich Pause gegönnt. Sondern hast dann hier... Nein. Alter. Nein. Really? Beim letzten Jump kacke ich ab. Ich glaub es nicht. Beim letzten Jump... Ist das denn wahr? So. Das gibt's doch nicht. Das ist so unbelievable. Warum kacke ich denn da ab bei dem letzten? Ja, geht doch. So, hier kommen wir jetzt durch. Da haben wir ja den Schlüssel eben ergattert. Zack. Oh, Zwischenboss. Ja, leck mich am Arsch. Komm. Boah, ich hasse euch. Ja. Nein. Alter. Was? Drei Stück? Ey. Übertreib das doch mal nicht. Wie soll ich denn so viele schaffen? Das glaub ich doch nicht. Geh weg. Ja. Sauber. Tschua. Komm. Ja. Komm. Komm. Geh weg. Ja. Nein. Meine Hassgegner. Komm. Geh weg. Ja. Yay. Oh. Den silbernen Schlüssel haben wir bekommen für unsere heldenhaften Taten. Ey, das war jetzt aber schon echt, äh, bisschen schwer teilweise, muss ich sagen. Boah. Und schon wieder der letzte Jump. So, wo ging das jetzt lang? Ich glaub, hier ging's zurück. Auf der anderen Seite gab's ja die, ja genau, da auf der anderen Seite haben wir die verschlossene Tür gehabt. Hier kommen wir noch nicht rein. Da ist der Endgegner. Der Endgegner war im Übrigen, oh, Bio-Tentakel, irgendwas für ne Scheiße war das. Das war schon echt heftig. In, äh, Ocarina of Time. Ne, hier oben war das nicht. Da war hier unten. Bum. Ja, so macht man das natürlich eventuell auch. Yeah. Der Master hat's gedittelt, Leute. Sauber. Yay. The Master. Das erinnert mich an früher. Früher war ich immer der Master. Warum war ich der Master? Weil ich die Videospiele immer konnte. Ne, ohne Scheiß. Früher hab ich ja, ich hab früher ja noch viel, viel mehr gesuchtet als jetzt. Man glaubt ja, durchs Let's Playen würde man mehr suchten. Aber das ist gar nicht so. Eigentlich suchtet man weniger. Weil man ja auch noch viel so, so Kram zu tun hat irgendwie von wegen Kommentare lesen, neue Sachen ausdenken, bearbeiten und so weiter und so fort. Und dann auch noch Schule. Und früher hab ich sehr, 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 sehr oft gesuchtet. Und ich konnte die Spiele halt immer perfekt. Also wenn einer nicht weitergekommen ist, dann hab ich das meistens versucht und in 90% der Fällen auch geschafft. Aber es war früher immer der Master. Das können wir ja wieder einführen, wisst ihr jetzt. Ich bin der Master, Leute. Der Master macht das. Der Master macht das für euch. Master, Dr. TT. Ich bin der Dr. TT. So, komm. Ach, ja. Oh. Euch, euch hab ich gefrühstückt letztens. Ja, euch, euch mach ich zum Frühstück, ihr Spinnen. Guck mal, kennst du schon den Pokémon Trick 3000? So. Oh mein Gott! Big Monster Slime. So, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich töte... Ja. Was? Yay! Wir haben es geschafft! Juhu! So. Guck mal. Zack. Stein Nummer 3 erhalten. Eigentlich ist der aber blau. Ey. Der ist blau. Äh. Dimm. Yay! Wir haben es geschafft. Und ab nach Hyrule. Zur Zitadelle der Zeit, Leute. Dort in der City, in der Zitadelle der Zeit, müsst ihr uns jetzt irgendwas Großartiges erwarten. Ein neues Masterschwert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas ganz Großes, ganz Dickes, ganz Fettes, wie sich das anhört. Wer weiß, was uns dann dort erwartet. Vielleicht Sinios Marzahn. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Leute. Von mir kamen diese bösen Äußerungen nicht. Ich fand das nur so lustig bei Wetten, dass, wo Karl Lagerfeld gesagt hat, nee, mit der tanz ich nicht. Richtig nice. Nein, äh, ich habe gar nichts gesagt. Ich bin unschuldig in allen Belangen. Ja, nur damit ihr Bescheid wüsst, also fürs Paper. Macht die Tür zu! Wie kann man denn die Tür auflassen? Wie unverantwortlich das ist von euch? Guckt mich das nicht so blöd an, sondern guckt, dass die Tür das nächste Mal zu ist. Der hat noch ein Herzteil. What the hell? Warum hat der noch eins? Hä? Hat der jetzt immer eins? Jedes Mal, wenn ich komme, ist das ein Bug? Ja, habe ich Knochen, ne? Und ein paar Strings. Vielleicht kann ich mir das leisten. Ich glaube zwar nicht. Nein! Es fehlen zwei Rubine. Dann hätte ich ein weiteres Herzcontainer-Dingens. Nein! Ich glaube aber eher, dass das auch ein Bug ist. Der hat jedes Mal wahrscheinlich das. Egal. Heißt ja nicht, ob wir einen Bug nicht ausnutzen dürfen. Moment mal. Hier oben geht es lang. Genau. Ich war schon wieder vollkommen auf dem falschen Dampfer hier. So. Dann lass mal. Dann geh mal ab hier. Komm. Komm schon. Zitadelle der Zeit. Gleich kommt die epische Musik. Ich warte auf die epische Musik.